Klassik an der Donau 2011 wartet am 9. Juli mit einem besonderen musikalischen Leckerbissen auf. Mitglieder des Bruckner Orchesters Linz spielen neben den Werken von Giuseppe Verdi und Felix Mendelssohn-Bartholdi auch das Doppelkonzert für Violoncello und Kontrabass von Giovanni Bottesini. Dies wird nur äußerst selten aufgeführt und verleiht Klassik an der Donau eine besonders exklusive Note. Passend zum 25-jährigen Bestehen von Jazz an der Donau. Als Solisten konnten Alexandra Ströcker, Violoncello und Joachim Tinnefeld Kontrabass von den Wiener Symphonikern gewonnen werden. Die musikalische Leitung hat Dirigent Andreas Pascal Heinzmann. Für die kleinen Musikliebhaber wird es 2011 eine Änderung geben. Doch das wird erst auf der Kick-off-Party von Klassik und Jazz an der Donau bekannt gegeben.